Bremen 2. Auf ein Wort. Mit Friedrich Küppersbusch. Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo. Bei diesem Anlass moin moin, Herr Grote. Sie wissen schon, wir reden hier von dem Ding, da wo das Wasser immer weg ist. Nicht von dem schönen Ruhrgebietsdeutschland. Was willst du? Ja, ja. Das ist zweite germanische Lautverschiebung, wenn Sie schon so gezielt danach fragen. Sie haben die ja mitten im Hausnamen. Wenn Ihr Name nicht alt wie die Welt oder noch älter als das Wattenmeer wäre, hießen Sie Große. Und das ist das, was in niederdeutschen Dialekten und eben in unserer Alterssprache noch erhalten ist, dass da, wo das moderne Hochdeutsch ein S setzt, wir noch ein T setzen. Dat, Wat. Früher haben wir auch Eten gesagt, statt Essen. Aber so alt ist das Wat doch noch gar nicht. Bisschen älter als wir, aber nicht viel. Unwesentlich. Wir müssten es aus unserer Kindheit noch kennen, denn es ist 7500 Jahre alt. Entstanden ganz am Ende von eiszeitlichen Bewegungen. Die Eiszeiten, so vor 200.000 Jahren, haben so allerhand Zeug durch die Gegend geschoben. Moränen, Sander, auch die Findlinge, die dann zu Hühnengräbern auf Sylt und Föhr errichtet wurden. Und dann passierte Folgendes. Wenn man sich jetzt mal Nordeuropa als so eine Platte vorstellt, dann war Skandinavien viel tiefer, weil da schwere Gletscher drauf lagen und die Nordseeküste viel höher, weil das so eine Hebelwirkung hatte. Jetzt schmolzen nach der Eiszeit die Gletscher, Skandinavien senkte sich und entsprechend Hebelwirkung hob sich die Nordseeküste und so entstand das Wattenmeer. Hat das Watt eigentlich auch was mit Watte zu tun? Nee. Weiß man gar nicht so richtig, dass diese Flockseide aus Baumwolle oder Kunstfaser, die nennen wir seit dem 17. Jahrhundert so wahrscheinlich, kamen die. Ja, immerhin auch wie das Wattenmeer aus Holland drüber. Da gibt es ein italienisches O-Watta, ein französisches O-Watte und dann verliert sich die Spur. Aber um da richtig angezogen zu sein, muss man im Watt eigentlich eine Krawatte tragen. Da habe ich lange dran gearbeitet an dem Witz. Ja, der ist exzellent. Dann hauen wir doch auch noch alles eben kurz weg, was mit James Watt zu tun hat, dem Erfinder der Dampfmaschine, der gar nicht die Dampfmaschine erfunden hat, sondern die Benamenung Pferdestärken. Aber dann haben seine Fans und Nachfahren und Eleven gesagt, Mensch, der James Watt, was der da an der Dampfmaschine verbessert hat, so dass er die industrielle Revolution losgetreten hat, 1769. Das war doch so cool. Da sagen wir doch künftig für Joule pro Sekunde ein Watt. Der hat aber damit nichts zu tun. Und das englische Watt hat damit was zu tun? Das, äh, what a mess oder what a joy? Nee, ich glaube, das ist wiederum diese germanische Lautverschiebung, weil man ja raushört, wenn sie das T hinten durch ein S ersetzen, sind sie wieder beim deutschen Was. Gibt es denn auch eine Mehrzahl von Watt, also die Wette oder so? Nee, gibt es nicht so richtig. Wir haben dieses Wort, also für das, worin wir warten, daher kommt der Name des Wartenmeers eigentlich ursprünglich, erst seit dem 17. Jahrhundert in unserer Sprache. Vorher hieß das Ding Frankfurt, Steinfurt, Erfurt, Scheinfurt, also Furt. Und dass das so war, den Beweis haben wir in Bremen vor der Nase mit Bremer, Förde, auch das ist eine Form von Furt. Und das heißt, das Wartenmeer heißt noch gar nicht so lange Wartenmeer. Wahrscheinlich hätte man das vorher Furtenmeer gehießen oder gesagt, ja, da ist so eine Pampe ab und zu zweimal am Tag, keine Ahnung, wie die heißt. Und das Pampenmeer wäre auch eine schöne Idee gewesen. Watt, unser Wort der Woche, wie immer mit Friedrich Küppersbusch und mehr Küppersbusch, gibt es auch nochmal bei uns im Internet auf bremen2.de. Wissen Sie eigentlich, warum manche Menschen eine Wattwanderung machen? Nee. Ja, mehr war nicht drin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.